Was ist da passiert? Alice im Wunderland In ihrer Welt aus Träumen und Ironie Das macht Alice, Alice im Wunderland Alice, Alice im Wunderland Alice mit ihrer Fantasie I'm a Fire in Wunderland schm preges She wasn't even embarrassed Nowcerdin Sieg ich mit den Augen. Sieg ich immer so. Sie wissen, dass sie etwas anderes wissen. Sie sind so, Marcos. Sie können die Antworten besser. Sie können besser sagen. Ich habe mir jetzt zu Hause. Ich habe nicht zu dem Zeit. Hör auf den Finger. Wir sind hier in der Zeit. Wir sind auf der Zeit. Was ist der Almoz? Ostras. Meine Frau! Was ist passiert? Die Ostras sind weg. Oh, Gott. Aber die Ostras sind nicht weg. Entschuldigen Sie. Ich liebe die Ostras. Ich habe immer noch nicht gedacht. Die Ostras sind in der Pflege. Nein, sie sind nicht. Sie müssen sie verletzen. Ich habe keine Angst, ich habe keine Angst, denn sie sind so leckeres. Sie sind schrecklich. Sie sind schrecklich und nicht wissen, ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, denn sie sind so leckeres. Ich kann dir das Achte. Du kannst dir das Achte? Ich kann dir das Achte. Nein, danke. Nichts kann ich mir helfen. Ist alles so schön. Dann ist es gut, das meine Mutter. Die Mutter sagt immer, dass wir tritt sind, wir kreieren. Das hilft dir. Es ist ein Problem, dass man sich mit einer zu schreien. Wenn du möchtest, kannst du mir das Achte. Ich bin gut. Ich kann nicht so sagen. Es macht mir so schlecht. Ich habe so viel Angst, wenn ich so Angst. Wir sind Angst. Ich bin Angst. Ich bin Angst. Ich bin Angst. Du bist nicht so? Ich wollte nur nicht sagen. Ich bin nur nicht so, weil sie sind schwarzen. Oh, Lisse! Ich wollte nicht aufzuhren. Wir wissen, dass viele Leute nicht so lieben. E é por isso que estão tão tristes, porque muita gente não gosta de vocês? Isto não nos interessa, mas temos problema sem solução. Ah, não contes outra vez, por favor, não posso ouvir essa história. É melhor irmos para ali, senão ainda te afogas. Se quiseres desabafar com alguém, estou à tua disposição, tartaruga. Wir sind die Osterweil von uns, die wir sind. Sie sind alle unsere Osterweil aus dem Meer. Wir wissen, wo sie sie entdecken und wo sie sie entdecken. Meine Lieblings-Amerin war eine Osterweil. Sie haben vielleicht jemand beendet. Oh! Corre! Corre para a frente. Ver chorar aquela menina parte-me o coração. Não estou a chorar, são as ostras. Não, obrigado, não como ostras. Percebeu mal, não estamos aqui porque queremos comer ostras. Estamos aqui porque queremos descobrir quem foi o ladrão que comeu as ostras. Claro que eu, o cavaleiro Dom Fernando, que toda a gente conhece, estou sempre ao dispor de uma linda menina. Venham à aldeia, talvez lá saibam alguma coisa. Andarilho, segue a menina. Como sempre. A minha lança, por favor. Hum, que pesada. Toma. Corre, andarilho. Sinto-me muito honrado em poder ajudar-vos, menina. Uh, está frio. Que aldeia desagradável. Aqui é o nosso meio. Põe-nos no chão, por favor. Bem-vindos à aldeia das ostras. Mas por que é que vocês escolheram este sítio tão nuloso para viverem? Devemos isso aos nossos antepassados. Mas por que é que se fixaram logo aqui, nunca nos disseram? Eram fechados como ostras. Eram fechados como ostras. Gostei muito desta piada. Fico contente por isso, mas não era uma piada. Venham à superfície, amigas. Trouxemos visitas. Gente simpática. Seja bem-vinda. Devem gostar muito de ter as tantas amigas. É só o resto. Eram muitas mais. Não, não chores outra vez. Mas por que é que cheira tão mal de uma peixe? Assim com este cheiro não posso ajudar-vos. Eu vou ajudar-vos. Se o Dom Fernando não quiser cumprir a sua palavra... Toda a minha vida eu nunca faltei a ela. Eu juro pela minha honra de cavaleiro. Mas afinal, onde é que estamos? Não faço ideia. Também nunca aqui tinha estado. Arrebita as orelhas, Benny Bunny. Só ouço música em marteladas. Isso também é ouço. Aconteça o que acontecer, estou do vosso lado. Às vezes penso se o Dom Fernando será tão corajoso como diz. Fala tanto e faz tão pouco. Desapareçam e não voltem a pôr aqui os pés, ouviram? De boa vontade. Passo muito bem sem vocês. E você tenha cuidado para não engolir os pregos. Vá, eu quero o relatório. Não temos. Só vimos uma morsa e um carpinteiro e ambos foram mal educados. Mas não a ofenderam, pois não? Não, isso não. Mas tem cá a estranha impressão de que sabem mais do que dizem. Por que é que nos mandaram embora? Por que é que nem ouviram as perguntas que fizemos? Acho tudo isto muito estranho. Não achas, Benny Bunny? Só isto não descobrimos mais nada. Todas as noites roubam ostras do mar. E elas estão tão tristes que choram de manhã à noite. Isso é mau. Ostras que choram produzem pérolas fracas. Sabes quem é o culpável? Infelizmente, não. O problema é esse. Achas que as rouba para comer? Ninguém pode comer tantas ostras. Isso é que pode. E lá tem há quem de manhã à noite só pensa em comer. Boas dias. Confessa, tu tens as ostras. Onde as escondeste? Mas eu nem sequer gosto de ostras. As suas horríveis são tão escorregadias. Sim, muito escorregadias. É por isso que também não as como. Não consigo engoli-las. No nosso casamento havia ostras. Foi a última vez que comi algumas. Desde então, nunca mais toquei numa única. E tremi despesa à cabeça e fiquei todo arrepiado. Ainda te lembras disso? Lembro? E eu a pensar que era do romantismo do momento? O rei fica proibido de sair. Assim poderá pensar em mim com carinho. Ouvi dizer que há ostras e eu gosto tanto de... O melhor é prender também o bobo. Assim ele e o meu marido podem falar melhor acerca do nosso casamento. Estás preso? Majestade, tenho uma proposta a fazer. Hum, propõe. Temos de usar a cabeça se quisermos encontrar uma solução. As cabeças não valem nada, só servem quando rolam. Majestade, por que dizeis sempre isso? Aqui ninguém é decapitado. Se soubesses como ao invés dos meus antepassados, que ainda podiam mandar decapitar. Afinal, quando é que vamos para o jardim jogar croquet? Hoje não se joga croquet. Há uma coisa mais importante. Está bem, então jogamos amanhã. Eu conduzo as negociações. Sim. Que negociações? Eu julguei que ia haver uma festa. Mas que maçada. Sie fragen sie, es sind Sie nur auf ihr freiges Deir's? Daher schauen wir uns zu. Ich verstehe was sie zu ihnen sprechen. Oy, los, bitte! Ein wunderschön Mannetheim troste alle Ostras. Das wunderschön wird es團? Oh! Er kommt noch auf ein Wunderschön zur Turnierung. Wir nehmen uns den Bill. Oh, nicht? Das ist ein Schapeleiro. Ah! Ich glaube nicht. Was denkst du? Nein. Und die Tartaruga? Nein. Alice? Kannst du mich daran erinnerst, dass ich hier bin? Ja, ich bin. Wir vergessen uns von jemandem. Wer? Ich? Ich? Natürlich. Sie sind vom Verheir. The Feierittyen W amosovo acho Life. Ich bin sehr gut. Ich bin sehr gut. GREEN F連ır Mein Glückwunsch Wir brauchen Proven. Es war Morsen und Carpinteiro. Aber sie waren nur diejenigen, die nicht gekommen sind. Ja, sie waren auch convidiert. Wenn ich Morsen hatte, und ich hätte zu gehen, würde ich auch zu gehen. Ah, ich bin zu verstehen. Wir wissen, was wir wissen. In einem Schilder-Land, wir hören Martelar und Musik. Ja, du weißt du, wenn du mich für diese Veranstaltungen geholfen hast? Nein, Majestad. Nur wenn ich hier die Vögel verabschiedet habe, habe ich gesehen, dass sie inocenten sind sind. Ich habe das Veranstaltungen geschlossen. Die Veranstaltungen werden die Veranstaltungen geschlossen. Nein, Majestad. Wir haben noch keine Veranstaltungen. Wir haben noch keine Veranstaltungen. Aber ich weiß nicht genau wie. Es ist besser, dass es nicht so gut ist. Oh, Bunny Bunny. Es wäre so einfach wie gesagt. Die Veranstaltungen sind nicht so gut. Ich habe keine Veranstaltungen. Ich habe keine Veranstaltungen. Ich weiß, aber ich muss deine Hilfe. Wir müssen uns nicht so klein sein. Wir müssen uns nicht so klein sein. Wir müssen uns die Morsen und die Arme nicht so klein sein. Und mit dem Ihr Größen? Wir können sie nicht so klein sein. Wir können sie nicht so klein sein. Wir haben noch nicht so klein. Wir müssen uns nicht so klein sein. Wir müssen uns die Morsen und die anderen appears. Wir müssen uns nicht zinsen. Wir müssen uns die Morsen lassen. Wir müssen uns nicht ganz schön sein. Wir müssen uns da québi und dengültigen Sie, die Morsen anzude. Wir müssen uns immer schön sein. Manchmal machen sie viel mehr. Ich hoffe, dass sie nicht wieder riechen. Ah, ja. Sie wissen nicht alle, dass ich meinen Cogumel erzähle. Sejam fechados, fechados wie ostras. Wer viel zu sagen, wenig zu sagen. Das war es nicht so gut. Los geht's! Das Barsch-Nu-Vem wird dort, wo Sie möchten. Danke, danke für die Hilfe. Die Zürcher war heute sehr schön, nicht? Aber es war gut, dass sie immer sehr viele Gespräche gemacht haben. Ja, das stimmt. Wer viel sagt, viel sagt. Fechado, wie aus Ostras. Fechado? Benny, Benny, manchmal in Ostras fechadas finden sich Pérolas. Ich bin nicht mehr Pérolas, die Coelhins nicht benutzen. Du, aber auch noch benutzen. Talvez Amorce e o Carpinteiro estejam interessados nelas Acho, mas é que vocês vieram aqui para nos espreitarem Eles têm um segredo e acho que sei qual é Se sabes, doutos, parabéns Eu continuo sem saber nada de nada Não faço a mínima ideia Pateta, eles não comem as ostras Só querem as pérolas Aterramos Agora vai ser emocionante Isto é mesmo enorme Estão a construir casinhas Para que precisarão de tantas casinhas? Para com isso, Morsa Eu já terminei Estou mesmo muito contente, meu caro Estou mesmo muitíssimo contente Vamos lá então buscar os nossos convidados Tenho tanto sono que era capaz de dormir em pé São casas bem construídas O Carpinteiro sabe do ofício dele Anda cá, Alice Isto lembra-me muito coelheiras A mim também Para que serão as grades nas janelas? Oh, não são casas, Alice São prisões Eles têm as ostras presas aqui Mas não é para as comerem Tenho a certeza disso Enganaram-nos Prometeram a cada uma Uma casinha individual Disseram que vivem nestas casas Mas nenhum pescador Poderia fazer-nos mal E assim não éramos comidas E que aqui estaríamos protegidas De qualquer perigo Que aqui encontraríamos O sossego, a paz, a felicidade E vocês pagaram as casas com pérolas Sim, e muito pior Querem cada vez mais A Morsa está sempre a tocar música Para não termos sossego Em vez de dormirmos Temos de fabricar pérolas Pérolas, pérolas Só pérolas Já não posso ver pérolas E todas conseguem isso? Quero dizer, todas conseguem fabricar pérolas? Claro, é só esforçar-me-nos Só isso É um trabalho aborrecido Cansativo E monótono É um trabalho aborrecido Fiquem bem E o que esperam Vocês mentiram-nos? Não posso admitir isso Estão na mão de ladrões De vocês, eles só querem as pérolas Exploram-vos e de que maneira Não te metas nos nossos assuntos Fujam se querem ficar sem as casas Parem, amigas Ele perdeu a chave Obrigada! Obrigada! Unsere Riqueza! Parem! 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 Oh, 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 oh! Oh, wie ist das? Oh, wie ist das? Wir sind sehr gut, Alice. Wir sind unsere Freiheit und unsere Freiheit. Vielen Dank! Das ist nicht wichtig. Ich bin froh, dass ich mich zu befreien. Ich bin froh, dass ich mich zu befreien. Sie sind sehr schlecht. Bitte, Bunny Bunny. Sie sind da, Frau. Sie sind da, Frau. Ich bin froh, Frau. Ich bin froh, Frau. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Wir haben noch nicht die Hände. Ich bin froh, Bunny Bunny. Ich bin froh, Bunny Bunny. Ich bin froh, wenn ich die Hände nicht in den Händen. Ich bin froh, Bunny Bunny. 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 Wir haben die Oste. Oh, Mama. Wir können nicht die Oste essen? Nein, Frau. Wir sind die Oste. Ich bin froh. Danke, Danke. Die Bewerbungen sind für die Bewerbungen, die sich sehr schlecht auszudrücken. Wenn Alice nicht die Reine de Copas zu helfen, dann mit der Lagosta-Principal, dann wäre es ein Fehler. Aber die nächsten Mal wissen Sie noch mehr. Wie kann das geschehen, dass es im Sommer friert, dass Uhren rückwärts geht? Dass man sich im Spiegel plötzlich gar nicht mehr sieht, na nur, frag doch Alice, Alice im Wunderland. Alice, Alice im Wunderland, in ihrer Welt aus Träumen und Ironie, das macht Alice, Alice im Wunderland. Alice, Alice im Wunderland, Alice mit ihrer Fantasie. Alice im Wunderland, Alice im Wunderland, Alice im Wunderland.